Alle hallo Leute, bedanke ich euch für die Zeit weiter. Die sind so schön, die sind so lange. Und ja. Den letzten Film. Die haben wir hier. Ich habe hier eine Salsbombe. Die sind so gut. Wir haben hier eine Salsbombe. So, dann fahre ich weiter. so 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 und ja so 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 Was ist denn ein Kupfergebes... Kupfer, Kupfergehen? Aber dann... ... und dann... Ich habe mir jetzt einen Kupfer vor, dass es Kupfergehen... und die jahre ich glaube das hört Hier wird das Löffel gesetzt. Das Kettoswerk für das Lager zu finden. Das war's. 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 Das war's.